Die städte Diskussion zur Steigerung der Kosten und zur Dauer von Baumaßnahmen war Anlass für eine breit angelegte Prüfung zu diesem Thema. Im Rahmen turnusmäßiger überörtlicher Kommunalprüfungen in den Jahren 2020 und 2021 wurden unter anderem in 26 Körperschaften 37 Baumaßnahmen mit einem Gesamtumfang von rund 47 Millionen Euro geprüft. Ein Ziel der Prüfung war die Untersuchung, ob und in welchem Umfang die geplanten Baukosten bezogen auf die erste kommunizierte Zahl und die Bauzeiten eingehalten wurden. Die Datengrundlage für diese sogenannte erste Zahl war in mehreren Fällen nicht nachvollziehbar. Die geprüften Körperschaften verfügten überwiegend über keine strukturierten Daten zur Überwachung und Steuerung von Baukosten und Bauzeiten. Insgesamt erhöhten sich die tatsächlichen Baukosten gegenüber der ersten Baukostenschätzung bei 31 Maßnahmen, während lediglich bei sechs Maßnahmen Kostenminderungen zu verzeichnen waren. Die geprüften Körperschaften begleiteten die Bauvorhaben mit unterschiedlichen und teilweise mehreren Überwachungsmaßnahmen. Mit Abstand am häufigsten wurde die Durchführung regelmäßiger Bauberatungen genannt, unter Teilnahme der am Bau beteiligten Unternehmen, der beauftragten Planungsbüros und der Bauheranvertreter. Erwartungsgemäß sind bei Baumaßnahmen, bei denen ein enger Kontakt zwischen den am Bau Beteiligten bestanden hat, eher geringe Abweichungen zwischen den geschätzten und den tatsächlichen Baukosten aufgetreten. Drei Körperschaften haben keine speziellen Maßnahmen zur Kostenkontrolle veranlasst. Die Baukosten haben sich in diesen Fällen deutlich erhöht. Neben Baupreissteigerungen und der konjunkturellen Lage führten die Körperschaften Baukostensteigerungen auf Mengenmehrungen und Zusatzleistungen zurück, die häufig auf zu spät eingebrachte Nutzerwünschen beruhten. Bei 14 von insgesamt 37 Maßnahmen, also mehr als einem Drittel, traten deutliche Verlängerungen der Bauzeiten auf. Die Überschreitung der Bauzeiten führten die Körperschaften überwiegend auf verschiedene Behinderungen im geplanten Bauablauf mit der Folge von Massenmehrungen oder von Nachtragsleistungen und auf die Verlängerung von Lieferzeiten zurück. Der Rechnungshof empfiehlt, die Bauleistungen unter Einbeziehung der Nutzer möglichst frühzeitig hinreichend konkret zu bestimmen und Risiken aus der künftigen Baupreisentwicklung zu betrachten. Die Kommunen haben deutliche Verbesserungspotenziale bei der Überwachung und Steuerung der Baukosten- und Bauzentwicklung. Vor allem durch bessere Kommunikation zwischen Bauherren und den an der Bauplanung und Ausführung Beteiligten. Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit Vielen Dank.